Schon lange spielen Kühlcontainer eine bedeutende Rolle beim Transport von Frischwaren. Diese sogenannten Reefer kosten mehr und brauchen mehr Wartung als normale Container. The Smith Group nimmt den Kunden dabei eine ganze Menge Arbeit ab. Wir beschäftigen uns mit Service und Instandhaltung von Kühlcontainern. Nachdem wir uns in Rotterdam zum größten Kühlcontainer-Service-Betrieb entwickelt hatten, haben wir uns auch auf den Wunsch unserer Kunden ausgebreitet. Smith Belgien in Antwerpen, Smith France in Le Havre und Smith Deutschland in Hamburg. Für deutsche Kunden wie Reedereien, Leerkontainerdepots und Inlandterminals, aber auch Logistikbetriebe für den Export, suchen wir gemeinsam Standorte, an denen Ladungen für Im- und Export in großer Menge zusammengeführt werden. Dort bieten wir dann unseren Reefer-Service an. Damit müssen die leeren Container nicht zurück, sondern sie können an Ort und Stelle kontrolliert und danach direkt für die Exportgüter gebraucht werden. Deutsche Reedereien sind hier Kunden von uns. Hamburg Süd ist ein gutes Beispiel. Für dieses Unternehmen sind wir in Rotterdam tätig, aber auch in Le Havre und nun auch in Hamburg. In Rotterdam, aber auch sehr viel in Le Havre. Und wir sind da nun vorgestart in Hamburg. Wir sind der einzige unabhängige Betrieb für Kühlcontainer, der in allen großen Häfen vertreten ist. Das Konzept, das wir unseren Kunden in Rotterdam anbieten, können wir auch in den anderen Häfen vorhalten.